herzlich willkommen zu einem neuen shop video gestern hat mir 100 abonnenten geknackt hat mich wirklich riesig gefreut minecraft stream sogar hat mich wirklich riesig riesig gefreut haben sogar mittlerweile die 104 abonnenten also da ist gar nicht stehen geblieben wirklich vielen dank für euren support super viel aufrufe gestern wieder auch abends beim turnier dann waren auch viele dabei freut mich auf jeden fall und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr dieses support beibehält und weiterhin abo da lasst wenn ich die videos gefallen und natürlich auch ein bewertung abgibt sowie feedback in den kommentare schreibt es unterstützen hier einfach mal extrem und hilft mir auch weiter jetzt schauen wir mal ein item shop und gucken was da drin ist allerdings hier und steht auch noch schrott ist zurzeit deaktiviert aufgrund eines problems und heute haben wir den fennig skin den fuchs skin darin als neuen skin hinten mit einem stachel backpack und so stacheln auf der schulter ich finde eigentlich dass der ein bisschen weniger kleidung an hätte haben können können ein bisschen mehr sehen und weiß nicht ob es daran liegt dass meine textur qualität so niedrig ist oder woran auch immer ich finde das hier irgendwie ein bisschen schlecht aus die textur und hier fehlt irgendwie ein bisschen feld finde ich eigentlich so ein bisschen schade ansonsten sieht das kind eigentlich ganz nett aus aber ist jetzt nicht allzu gut dadurch hätte er so richtig schönes feld wäre es natürlich ein eis gewesen aber naja aber den stachel schwinger sieht interessant aus dem eine sehr schlanke pickaxe ist auf jeden fall in ordnung dann haben wir hier die zug den zucki charakter mit in so einem chinesischen asiatischen stil mit so einem ninja messer auch hinten dran und hier ist glaube ich auch so roboter hier ist ein bisschen und hier überall so gelenke hat und so weiter dann männliche stil im prinzip davon die kopferwespa hinten auch in dem backpack schien tiger mit zwei nitschakos heißt glaube ich in der hand er ist im mund hat mantel an sieht nice aus kann man auf jeden verkaufen dann habe ich hier heftiger hieb und sieht super interessant aus mit licht blitzen dann haben wir noch die stachel tarnung ein bisschen mit den unterschiedlichen farben hier und einem orangen kontrast sieht in ordnung aus ist jetzt aber nicht allzu besonders dann haben als nächstes den sternen läufer set wieder mit der sternen spitzhacke hat nice sound dann hier ewiger nullpunkt sieht immer super strange aus weil hier das ganze einfach so richtig komisch die textur rüber geht allerdings macht es das natürlich auch die wache ziemlich cool das sieht aber teilweise etwas irritierend aus sommer street dann haben wir noch den unendlichkeits gehen ist super nice das gehen ich feiere den richtig ist im prinzip einfach galaxy skin würden der mantel noch abgenommen sein dann wäre es eben halt ein kompletter galaxy skin im prinzip und das backpack sieht auch extrem nice aus gefällt mir auf jeden fall das hat habe ich mir auch gekauft ja dann haben als nächstes den schnee schlag charakter sieht eigentlich ziemlich nice aus mit dem ganzen blauen gefällt mir richtig das skin auch in dem weiß blau gefällt mir und dann auch mit dem schwert sieht nice aus die mensch variante ist davon ja nicht ganz so cool aber mit dem weißen so wie das aussieht fällt muss auf jeden fall das kann man sich auf jeden fall auch kaufen aber die schlagene hacke ist jetzt nichts besonderes dann haben wir den aufklärer war mal glaube ich ein seltener skin ist jetzt aber auch nichts besonderes mehr aber echt intensiv hat eine nice musik geeignet und zieht doch ganz nett auf jeden fall aus dann haben wir noch den tambour major als fortbewegungs remote ist auf jeden fall witzig wenn man das vor einem gegner macht und dann haben wir noch schere stein papier kann man etwas auslosen ist in ordnung auf jeden fall das war's dann mit dem video bis zum nächsten video ciao